Hayley Bieber schwebt im Babyglück. Das Model und ihr Ehemann Justin Bieber sind vor wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern geworden. Nun teilt Hayley einen ersten Mini-Einblick von Baby Jack Blues mit ihren Fans. Auf Instagram postet sie ein Foto von den kleinen Füßen ihres Sohnes. Dazu schreibt sie Happy Halloween und ruft ihre Follower auf, geht raus und wählt. Das Gesicht des Kleinen bleibt weiterhin ein Geheimnis. Hayley hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Trotzdem gewährt sie ab und zu Einblicke in ihren Alltag als frischgebackene Mama. In einem Interview mit Women's Wear Daily spricht sie über die Balance zwischen Karriere und Kind. Ich mache nur Dinge, mit denen ich komfortabel bin, sowohl emotional als auch mental, betont sie. Nach einer kleinen Auszeit konzentriert sie sich nun wieder auf ihr Unternehmen. Hayley und Justin kennen sich bereits seit 2009. Doch erst Jahre später funkte es zwischen dem Model und dem Sänger. Im Juli 2018 verlobten sie sich und heirateten nur zwei Monate später. Im August krönten sie ihr Liebesglück mit der Geburt von Jack Blues. Auf Social Media verkündeten sie, willkommen zu Hause, Jack Blues Bieber. Fans sind gespannt, ob das Paar bald weitere Einblicke in ihr Familienleben teilt. Hayley, die Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin, ist seit einigen Jahren mit Justin Leard. Ihre Liebesgeschichte begann im Jahr 2009, als sie sich erstmals begegneten. Nach einigen Jahren als Freunde funkte es schließlich zwischen ihnen. Nach einigen Jahren als Freunde.